Was in diesem Video passiert? Ähm, Zayno, weinst du gerade? Nein, ich wein nicht, aber das tut mir halt so weh. Ist das gerade dein Ernst? Ist das dein Ernst? Du kommst in die Runde rein, kommst in meine Läufe rein und sagst das. Du bist echt komisch zu mir heute. Yo, Leute. Was geht? Flakes hier. Heute weiß ich echt nicht, ob ich das Richtige mache. Denn heute werde ich Zayno ein bisschen hops nehmen. Okay, nicht nur ein bisschen, sondern ich werde sie so richtig hops nehmen. Ich werde heute so tun, als würde ich den Kontakt mit ihr abbrechen. Ich will wissen, wie sie darauf reagiert. Es kann ja sein, dass ich ihr gar nicht wichtig bin und es sie gar nicht juckt. Ich fühle mich jetzt schon richtig schlecht und ich hoffe, es geht nicht nach hinten los, Leute. Lasst ein Like da und ein Abo für mehr Videos mit Zayno. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ich sie noch pranken könnte. Und tragt auf Ehre meinen Creator Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Hallo, Zayno. Schön, dass du wieder reingekommen bist in meine Gruppe. Hi, Flex. Ich freue mich auch, dass ich mit dir spielen kann. Wie geht es dir denn so? Ja, wie soll ich sagen? Mir geht es nicht gut und mir geht es auch nicht schlecht. Wie geht es dir? Ja, Flex, mir geht es eigentlich auch gut. Aber du hast dich immer gefreut, wenn ich immer da bin. Weißt du, was ich meine? Du hast immer gut gelaunt. Oh mein Gott, Leute. Sie ist einfach so süß zu mir. Ja, ich kann es einfach nicht machen, Leute. Aber ich muss es. Ähm, Zayno, lass mal da hinten zur Insel kommen. Hier sind wieder so viele Gegner. Wenn du es schaffst, lass da hin. Und wie soll ich sagen? Ja. Flex, was ist los mit dir? Du redest ganz komisch. Du bist heute irgendwie sehr, sehr komisch zu mir. Also ist etwas passiert? Oder willst du mir etwas sagen? Traust dich halt nicht so? Weißt du, was ich meine? Was ist denn los mit dir? Du, Zayno, weißt du, ich, ich... Das Ding ist, guck mal, man... Flex, warte mal kurz. Komm mal kurz zu mir. Komm mal kurz zu mir. Wo bist du denn? Nein. Also heute bist du echt, echt komisch, ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Was... Also liegt auf deinem Herzen etwas? Also... Nein. Sag mir, was ist denn los mit dir? Zayno. Also du kannst mir alles sagen, ne? Du kannst mir also vertrauen. Sag mir ruhig. Zayno, guck mal. Heute habe ich leider kein gutes Geschenk für dich. Ich hoffe, eine graue Taktische reicht. Ähm, ja. Nimm die Waffe bitte. Komm mal kurz her, Flex. Flex. Was ist denn? Du nervst gerade ein bisschen... Oh, nein. Was? Ich nerv dich? Was ist denn los mit dir? Du hast... Du hattest immer die gute Laune, wenn du mit mir gespielt hast. Was ist denn los mit dir? Und nimm jetzt die Waffe. Guck mal, Zayno, ich habe schon... Alles gut, ich habe hier... Guck mal, ich habe auch eine. Ist gut, ist gut. Loote einfach. Wir spielen diese Runde und fertig, okay? Nein, nicht fertig. Du bist komisch zu mir. Warum bist du so? Flex. Oh, nein, Leute. Zeig mir nicht so. Ich glaube, sie fängt gleich an zu weinen. Wenn ich es so weitermache. Das kann ich doch jetzt nicht die ganze Runde durchziehen. Oder was sagt ihr, Leute? Holy moly. Wenn ich das wieder gut machen soll. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Leute. Flex, sei mir nicht so bitter. Guck mal, ich habe dich so lieb. Du kannst mir alles sagen. Geh nicht zurück. Warum gehst du zurück? Nein. Flex. Ey, Zayno. Weißt du, nein. Was ist... Was ist... Was nein? Nee. Oh mein Gott, Leute. Guckt mal. Zayno. Lass mich in Ruhe. Manni. Zayno, komm. Ich weiß nicht. Ich habe gerade... Wie soll ich sagen? Ich lefte gleich, wenn du so weitermachst. Ist das dein Ernst? Du willst leften, weil ich heute vielleicht ein bisschen weniger mit dir rede? Stell dich nicht so an, Mädchen. Jetzt komm. Mädchen? Du würdest niemals mit mir so reden. Was ist denn los mit dir? Alter. Ey, komm mal jetzt her, Flex. Was ist denn jetzt los mit dir? Komm mal jetzt her, bitte. Ey, du lässt mich halt auch nie ausreden. Weißt du, das stört mich halt schon ein bisschen. Hallo? Kommst du jetzt mal? Ich komme nirgendwo hin. Hä? Bis du mir das sagst. Bist du blöd? Können wir jetzt mal... Hallo? Nö. Nö, lass mich. Was? Nö, lass mich. Bist du jetzt hier ein kleines Baby geworden, oder was? Lass mich in Ruhe. Du bist so komisch zu mir heute. Nö, ich komme nirgendwo hin, bis du es mir sagst. Zeno, ich sag's dir... Warte. Jetzt komm, Zeno. Wir gehen in die Zone und dann sag ich's dir, okay? Oh nein, Leute. Sie tut mir so leid. Sie ist so süß. Sie fängt gleich an zu weinen. Es tut mir so im Herzen weh, Leute. Nur für euch mache ich das, dass ihr hier ein Video bekommt. Und dass ihr euch unterhaltet fühlt. Aber ich kann es nicht über mein Herz bringen. Wisst ihr? Sie ist so traurig. Ich muss das wieder gut machen. Ich werde es auch wieder gut machen, Leute. Ich hoffe, ich schaffe das. Und sie ist nicht sauer für mich. Zeno, bist du noch da? Ja. Ja. Ähm, das Ding ist halt... Guck mal. Du bist ein süßes Mädchen. Du... Das weiß ich. Bist du jetzt noch eingebildet geworden? Was, das weißt du? Hä? Nee, das hast du öfters gesagt. Aber was ist denn los mit dir? Jetzt... Komm her, Mann. Fleck. Jetzt guck mal, Zeno. Hör mir zu. Hör mir zu, bitte hör mir zu. Wir müssen jetzt in die Zone. Ich weiß, das ist so ein bisschen so jetzt kritisch so. Weil du bist jetzt auch nicht gerade so glücklich. Und jetzt noch zu zocken, obwohl du nicht glücklich bist, ist auch ein bisschen schwer. Ich verstehe dich. Komm, lass nach links laufen, Zeno. Komm, komm, bitte. Komm. Oha, schrei mich doch nicht an. Ich komme schon. Ja, ich sag tausendmal, komm und du kommst nicht. Warum schreist du mich jetzt so an? Warum machst du mich jetzt so an? Beruhig dich mal ein bisschen. Das tut mir ein Herzen weh. Nee, ich komme nirgends wohin. Hä? Du hast doch nicht mal ein Herz. Alter, stell dich nicht so an. Komm jetzt her. Ist das dein Ernst? Ich habe kein Herz? Ja. Nee, heute... Ich lefte gleich die Runde, wenn du noch weiter mit mir redest. Heute bist du echt so komisch zu mir. Ähm, Zeno, weinst du gerade? Nein, ich wein nicht, aber das tut mir halt so weh. Hä? Ist das gerade dein Ernst? Ist das dein Ernst? Du kommst in die Runde rein, kommst in meine Löffel rein und sagst das. Du bist echt komisch zu mir heute. Nee, ich finde das nicht in Ordnung. Ey, Zeno, beruhig dich. Bitte, ich wollte jetzt nicht, dass du weinst oder so. Nein, ich wein auch nicht. Alles gut. Da vorne ist ein Bot. Ja, alles gut. Der ist wahrscheinlich eh auch so schlecht wie du. Dein Ernst? Ja? Warum bist du so zu mir? Ist jetzt was passiert? Habe ich was Falsches gemacht, oder? Also habe ich etwas gesagt, gemacht, oder? Sag mal, warum bist du so zu mir? Du warst noch nie so. Ich kenne dich nicht so. Ja? Sag mir bitte. Ich habe halt gecheckt, dass du halt so lost bist. Keine Ahnung. Dein Ernst? Ja, keine Ahnung. Was soll ich sagen? Lauf mir auch nicht die ganze Zeit hinterher und mach dein Ding. Weißt du was? Weißt du was? Hier, guck. Hier. Nimm meine Mets. Nimm meine Munition. Hä? Und dann? Und dann? Guck jetzt. Ciao. Ich habe auf sowas keinen Bock. Nee, komm. Geh alleine zocken. Du tust mir gerade mein Herz weh. Nee. Lass mich in Ruhe. Hä? Ist das dein Ernst? Bist du raus? Zeno? Oh nein, Leute. Ich bin gerade gemutet. Ich weiß nicht, ob sie mich hören kann. Deswegen mute ich mich einfach. Ich muss sie auf WhatsApp schreiben. Ich muss sie irgendwie nochmal zu einer Runde bekommen. Ich werde ihr jetzt auf WhatsApp schreiben. Und sie fragen, ob sie nochmal mit mir zockt. Oh nein, Leute. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchziehen kann. Let's go. Hallo, Zeno. Bist du da? Ja, ich bin da, Flex. Ja, warum bist du einfach gelieft? Wir zocken eine Runde und du gehst einfach raus. Weißt du, wie ich meine? Ja, Flex. Du hast mich so... Also, du hast komisch geredet. Du warst aggressiv. Und das hat mir halt nicht gefallen. Das hat mir in meinem Herzen weh getan. Und ich habe einfach dann die Runde gelieft. Weil mir das nicht gefallen hat. So weißt du, was ich meine? Und ich weiß nicht, warum du auch heute so komisch bist. Du bist irgendwie so anders drauf heute. Leute, ich glaube, ich mache jetzt so lange weiter, bis sie wieder anfängt zu weinen. Obwohl ich das gar nicht will, Leute. Mal gucken. Ich bin so böse, Leute. Ich bin so böse. Ich werde das aber dann auflösen, glaube ich. Mal schauen, Leute. Let's go. Warum bist du so ruhig? Ja. Das gleiche wollte ich dich gerade fragen. Warum du so ruhig bist. Weil mir das halt wehtut, so wie du mit mir redest. Weil ich habe dich anders kennengelernt. Du weißt, was ich meine so... Ja, aber bist du jetzt traurig oder warum weinst du da die ganze Zeit rum so? Nein. Ich doch nicht. Ich wein doch nicht rum. Du redest auch voll leise. Red mal lauter. Ich kann dich hier kaum hören. Jetzt rede mal laut und deutlich mit mir wie ein normaler Mensch. Und weißt du, wie ich meine so... Du tust dir die ganze Zeit auf. Mimimimimi. Und ja, warum bist du so? Warum bist du so? Rede doch einfach mal normal. Ey, ist das gerade dein Ernst? Wie ist... Warum redest du mir jetzt nach? Warum machst du mir jetzt nach? Nee, du willst mir jetzt sagen, was los mit dir ist. Wenn du mit mir nicht mehr zocken willst, dann sag es mir doch gleich, Flex. Oder wenn du mich nicht mehr mögst oder magst, dann sag es mir doch einfach. Du wirst nicht gezwungen, mit mir zu spielen, okay? Sag es mir einfach. Wieso wirst du jetzt so aggressiv? Beruhig dich mal. Ja, bau dich selber zu. Du bist so ein richtiger Bot. Ey, ist das dein Ernst? Wie ist das mein Ernst? Ist das dein Ernst? Muss ich eine Pro-Pairin sein oder was? Nein, aber du stellst dich halt manchmal echt komisch an, so weißt du, wie ich meine? Du kannst nicht mehr bauen, du stirbst bei jedem Gegner. Ich muss alles machen, weißt du, wie ich meine? Ist das dein Ernst? Nee, sag mir jetzt, was hast du, was ist los? Du warst noch nie so ganz im Ernst. Also langsam habe ich auch keinen Bock mehr, wirklich. Guck mal, das Ding ist, hast du gemerkt, dass ich dir auf WhatsApp ab und zu nicht mehr so oft schreibe? Ja, ich wollte dich auch gerade fragen. Du hast mich immer angeschrieben, hast immer gefragt, wie es mir geht, was ich alles mache. Aber oft schreibst du mir gar nicht mehr. Du hast mich sogar immer angerufen. Wolltest du immer mit mir telefonieren, aber jetzt? Also, ja, so weißt du, was ich meine, so? Ja, weil du halt einfach ein Bot bist. Nur weil ich ein Bot bin? Guck mal, sag mal vor, du bist ein Nosekin und ich hate dich nicht wie die anderen Leute da draußen. Sag mal vor. Hä, willst du sagen, dass du, nur weil du mich magst, Nosekins liebst oder wie, was, wo? Nee, ich meine es so, es ist ein Game und das ist ein Spiel. So, man muss unbedingt nicht so gut sein. So, weißt du, was ich meine, Hauptsache, hast du deinen Spaß? So, ich hätte das von dir echt nicht erwartet, weißt du, was ich meine? Und, also, wie gesagt, wenn du nicht mehr mit mir zocken willst, dann sag es mir auch ganz ruhig. Ja, und was ist, wenn ich nicht mit dir zocken will? Muss ich mit dir zocken? Ist das, hä? Äh, juck doch keiner, ob ich jetzt mit dir zocke oder nicht mit dir zocke, hä? Heul doch nicht rum. Hast du mir gerade nicht zugehört? Ich habe doch gesagt, du wirst nicht gezwungen, mit mir zu spielen. Wenn du keinen Bock auf mich hast, dann sag es doch gleich. Ganz im Ernst, wenn du immer so weitermachen willst, dann habe ich auch keinen Bock auf sowas. Kann ich auch selber gehen. Ähm, Zeno, hier, willst du den Fisch haben? Nee, lass mich. Nimm doch jetzt den Fisch. Hier, nimm, willst du? Ja. Hol den dir. Ey, ist das dein Ernst? Nee, du gehst zu weit. Nee, Mann. Hä? Holst du jetzt, weil ich den Fisch nach da hinten geworfen habe? Guck mal, wie du mit mir umgehst. Bin ich ein Hund? Hm, vielleicht. Ey, du gehst zu weit. Merkst du das gerade eigentlich? Du gehst echt zu weit. Hier, willst du einen Mini? Hier, gehen wir holen. Kann ich auch machen. Oh mein Gott, Leute, ich bin gerade gemutet. Sie wird so langsam richtig sauer und eine Mischung aus sauer und traurig, glaube ich. Ich weiß nicht, wie sie sich gerade fühlt. Doch, ich kann sie eigentlich verstehen, aber ich werde trotzdem weitermachen, Leute. Komm, sitz mal in die Zone hier, ein bisschen schneller, beweg dich mal. Rede nicht mehr mit mir. Wie? Ich will alleine dein Spiel. Wie, warum soll ich nicht mehr mit dir reden, hä? Wenn du mit mir so umgehst, dann möchte ich auch nicht mit dir spielen. Guck mal, wie du mit mir umgehst, wie du mit mir redest, wie du mich behandelt. Das gefällt mir gar nicht. So kenne ich dich überhaupt gar nicht. Wie hast du mich denn kennengelernt? Komm, sag mal, wie hast du mich kennengelernt? Ja, du warst so ein süßer Nosekin. Du warst sehr nett und süß zu mir. Du hast immer mir Komplimente gemacht. Guck mal, du gehst zurück. Guck mal. Ja. Du hast immer mir Komplimente gemacht. Du hast mich beschützt. Du hast mir Minis gegeben. Du wolltest mit mir sogar ein Date. Du wolltest mit mir sogar treffen. Und jetzt sowas? Und jetzt bist du so geworden? Ich kenne dich anders. Es gibt doch tausend andere Nosekins. Warum muss ich das sein? So, weißt du? Na, weil du halt der süßeste Nosekin bist. Weißt du, was ich meine? So einen Nosekin wie dich kann ich niemals finden. Gibt es auch nicht. Hier, nimm den Fisch und sei glücklich, Alter. Nimm den. Hallo? Nimm den doch. Hallo? Kannst du den mal nehmen jetzt? Alter, soll ich dir den vor deine Nase werfen oder was? Hier. Weißt du was? Gib mir den Fisch. Ja, hier. Gib mir den Fisch. Weißt du, was ich jetzt mache? Du kannst ihn selber essen. Leute, was ist mit ihr los? Ich muss es jetzt auf die Spitze treiben. Mal gucken, was dann passiert. Ja, Zeno, was soll ich sagen? Du bist wirklich ein nettes Mädchen. Ich bin auch glücklich darüber, dass ich dich kennengelernt habe. Aber wir haben jetzt schon so oft gezockt und ich kenne dich jetzt auch schon so lange. Und irgendwann mal wird es dann halt auch langweilig, weißt du? Ist das gerade dein Ernst? Bin ich für dich jetzt langweilig gewundert, was? Alter, du bist eine richtige Heusnüße irgendwie. Kann es sein, Zeno? So kenne ich dich gar nicht. Ja, das tut mir halt weh, wie du mit mir umgehst. Ich bin keine Heusnüße. Ey, weißt du was? Du hast dich einfach verändert. Ganz im Ernst, so kenne ich dich gar nicht. Also, nee. Auf sowas habe ich gar keinen Bock. Wie gesagt, wenn du nicht mehr im Insofern willst, dann sag es mir einfach. Schreib mir das auf WhatsApp so. Hä? Ist dein Ernst? Warte, Zeno, ich muss dir was sagen. Komm mal her. Komm mal her. Nein. Komm mal her. Was willst du denn mir sagen? Das war alles nur Spaß. Nein, als ob. Alter, du bist ein Bot. Weißt du was? Guck jetzt, was ich jetzt mache. Viel Spaß. Okay. Nein, nein, nein. Nein. Hallo. Lass mich in Ruhe. Zeno, bleib drin. So, Flex. Nein. Jetzt komm, mach nicht die Hässe. Dich, ich habe dich immer gemocht. Okay, ich mag dich immer noch. Und ich kenne dich ganz anders. Und du tust mir gerade mein Herz weh. Und deshalb will ich nicht mehr mit dir zocken, okay? Nein, 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 nein. Komm. Zock mit mir weiter. Komm schon. Komm schon. Hallo. Zeno? Zeno? Bist du noch da? Oh mein Gott. Leute. Sie ist, glaube ich, rausgegangen. Nein. Was habe ich da gemacht? Oh nein. Ich habe, glaube ich, richtig Scheiße gebaut, Leute. Sie ist einfach rausgegangen. Sie ist, glaube ich, richtig traurig. Oh mein Gott. Soll ich es dir sagen? Dann soll ich es dir direkt sagen oder erst morgen? Leute, ich glaube, ich werde dir heute nichts sagen. Es ist schon ein bisschen mies, was ich mache. Ich muss zugeben, es ist richtig mies, was ich mache. Ich werde dir heute nichts mehr sagen. Aber morgen werde ich sie dann wieder einladen in einem neuen Video. Und da werde ich dann das Ganze auflösen und mal gucken, wie sie reagiert. Ich weiß, es ist ein bisschen mies. Ich werde jetzt einfach gar nicht mehr schreiben. Und dann mal schauen, wie sie dann in der nächsten Runde reagiert, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, um ihre Reaktion nicht zu verpassen, Leute. Denn wir sind auch kurz vor den 300.000 Abonnenten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Haut rein. Euer Flex. Ciao.